Herzlich willkommen zum heutigen Video. In diesem Video heute möchte ich Ihnen zeigen, was das neue Insta-Kamera-Tool für Neuerungen mit sich bringt, beziehungsweise was das Tool allgemein kann, sofern Sie es noch nicht kennen. Das Insta-Kamera-Tool ist ein kleines Tool, was Ihnen hilft, Ihre Kamera im Netzwerk zu suchen und mit einem Doppelklick auf die gefundene Kamera können Sie dann die Web-Oberfläche der Kamera selbst öffnen. Um die neueste Version des Tools herunterzuladen, gehen Sie einfach auf unsere Webseite insta.com. Dort können Sie hier auf den Bereich Kundensupport klicken, dann auf Downloads. Und im Bereich Downloads, wo ich jetzt hier schon mal drin bin, gehen Sie hier oben auf der rechten Seite auf Software, dort dann ein Stück runter und dann finden Sie hier unten das Insta-Kamera-Tool und können dann hier Ihre Version herunterladen. Es gibt die neue Version aktuell für Windows und auch für Mac. Und bei Mac würden Sie das Ganze über den Apple Store herunterladen und bei Windows würden Sie eine ZIP-Datei herunterladen und die entpacken und dann das neue Tool installieren. Die aktuelle Version beim Windows-Tool ist die Version 2.2.0 und beim Mac ist es die Version 2.4. Ich mache jetzt hier einmal einen neuen Tab auf und starte einmal das Tool. Das Tool sieht immer noch genauso aus wie vorher auch, wenn Sie es schon kennen. Und wir machen jetzt einmal eine Suche. Und was jetzt quasi neu hinzugekommen ist, dass wenn Sie eine 2K Plus Kamera haben, haben Sie jetzt hier die Möglichkeit, direkt hier vorne ein Update zu machen von einer Kamera, aber auch von mehreren Kameras. Das heißt, wenn Sie sehen, dass Sie, oder sagen wir mal, Sie hätten fünf Kameras, sehen, dass alle ein neues Update verfügbar haben, dann können Sie das hier direkt bei allen fünf starten und müssen so nicht einzeln warten, bis eine Kamera quasi fertig ist. Ansonsten hat man nach dem Update, muss man die Kamera neu starten. Das kann man dann auch direkt hierüber machen. Dann ändert sich quasi dieses Symbol nach dem Update. Und genau ansonsten können Sie dann auch hier mit den drei Punkten, haben Sie die Möglichkeit, den Namen zu ändern. Diese Möglichkeit gab es auch vorher schon, war aber halt noch nicht so offensichtlich. Man kann eine Desktop-Verknüpfung anlegen, dafür die Kamera oder sie neu starten. Ansonsten haben wir jetzt auch hier noch hinzugenommen, dass der HTTPS-Port angezeigt wird, aber auch bei der IP-Config kann man diesen jetzt quasi setzen. Wenn wir einfach mal hier auf eine Kamera draufgehen und das bemerken, dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, hier unten den HTTP, als auch den HTTPS-Port zu setzen. Vorher war immer nur der HTTP-Port möglich gewesen. Also diese ganzen Neuerungen beziehen sich alle auf die 2K-Plus-Kameras. Bei HD-Full-HD-Kameras ist das leider nicht möglich mit dem Update. Somit nur quasi ab bei den neuen Kameras. Ansonsten finden Sie hier, wenn Sie scrollen nach rechts, finden Sie halt auch die ganzen anderen Informationen noch zur Kamera, wie der Gateway DNS und auch die Firmware bzw. die P2P-Adresse der Kamera, sofern diese übertragen wird. Also bei den neuen 2K-Plus-Kameras wird diese übertragen, bei älteren Kameras wird die noch nicht übertragen. Dann haben wir hier die IP-Konfiguration. Das heißt, Sie können die IP-Adresse der Kamera ändern, die Subnet-Maske, den Gateway, den S-Server. Sie können hier auswählen, ob die Kamera per DHCP die IP beziehen soll oder ob wir die quasi manuell vergeben möchten. Ansonsten haben wir hier dann auch nochmal den Punkt Update. Das heißt, hier wird dann auch nochmal angezeigt, ob die Version aktuell ist. Sie wird quasi abgeglichen mit dem, was online verfügbar ist. Und Sie können das Update dann quasi auch hier rüber starten. Anstatt quasi hier vorne über das Symbol könnte man es quasi dann auch hier starten, wenn man möchte. Und als letzten Punkt haben wir noch die SD-Karte. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, auf die SD-Karte der Kamera zuzugreifen und können sich dann, ich mache das einfach einmal, hier quasi die Ordnerstruktur der SD-Karte, wie wir es auch schon von der Web-Oberfläche kennen, und hier haben Sie jetzt die Möglichkeit quasi auszuwählen, ob Sie den ganzen Tag herunterladen möchten. Dann würden wir einfach jetzt hier den Haken setzen und sagen Download. Wir können auch alle auswählen. Das würden wir hier oben machen. Dann können wir quasi alle Tage herunterladen oder wir können halt in einen Tag reinklicken mit einem Doppelklick, können dann uns den Unterordner auswählen, können wir auch nochmal rein mit einem Doppelklick und können jetzt auch einzelne Aufnahmen auswählen und diese herunterladen. Mit hier oben die Doppelpunkten einfach ein Doppelklick kommen Sie zurück oder Sie können auch auf der rechten Seite hier auf Zurück gehen beziehungsweise die Karte aktualisieren. Genau, das war es dazu. Und das waren eigentlich auch schon die ganzen neuen Funktionen im Tool. Wie gesagt, diese Update-Funktion hilft Ihnen dabei, zum einen zu sehen, hat Ihre Kamera ein neues Update, aber halt auch, wenn Sie mehrere Kameras haben, hilft es Ihnen dabei, um die Kameras quasi schnell abzudaten. Ansonsten, wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder Probleme mit dem Tool haben, lassen Sie es uns gerne wissen. Schreiben Sie es uns an support.insta.com und ansonsten freuen wir uns, wenn Sie mit unserer Kamera und der Software zufrieden sind und wünschen Ihnen einen schönen Tag.